liebe kunden vielen dank an dieser stelle und da darf ich mich für das ganze team bedanken für die zusammenarbeit in 2018 von spannenden und erfolgreichen projekten wir hoffen natürlich dass wir auch weiterhin in 2019 ihr vertrauen für die zusammenarbeit gewinnen konnten durch dieses jahr aber erst mal frohe weihnachten schönes fest und den berufsamen zeit vielen dank so ein bisschen die outtakes müssen ja dann auch wieder rein hallo ich glaube schon die werden dann nur aus mir bestehen liebe kunden auch für das consulting möchte ich mich sehr herzlich bei ihnen für das jahr 2018 und die gute zusammenarbeit bedanken gemeinsam haben wir uns mit einigen von ihnen wieder ein stück weiter in richtung der cloud bewegt und insbesondere möchte ich bedanken für das entgegen gebrauchte vertrauen alles gute und ein frohes und gesundes neues jahr genau ich mache hier so eine zwischen text 2018 war auch für die entwicklung wieder ein jahr mit spannenden themen und herausforderungen wir beim enteam freuen uns wenn wir ihre anforderungen erfüllen und ihre arbeit einfacher und übersichtlicher gestalten können für das anstehende weihnachtsfest wünsche ich ihnen ruhige und besinnliche tage damit sie auch im nächsten jahr wieder mit interessanten anforderungen an uns herantreten können auch wir aus dem bereich it management wollen uns natürlich herzlich bedanken für das tolle und erfolgreiche jahr 2018 wünschen allen unseren kunden und partnern vor allem auch familien ein frohes weihnachtsfest besinnliche weihnachtsfeiertage und einen guten rutsch ins neue jahr 2019 wir wünschen ihnen eine schöne weihnachtszeit einen guten rutsch und freuen uns auf unsere zusammenarbeit im neuen jahr 2019 wir wünschen